Also ich muss ja sagen, nach 15 Jahren ist das ein Gefühl, du brichst zu Hause auf aus dem Rahmen deiner Familie und fährst zu deiner zweiten Familie. Was wichtig bei uns ist, dass wir Spaß bei der Arbeit haben. Wir achten sehr auf die Teamchemie und wenn man Spaß bei der Arbeit hat, dann ist es zwangsläufig so, dass sich der Erfolg auch ansteht. Ganz spontan fällt mir das Wort explosiv ein. Es ist ein Sammelsorium von wirklich interessanten und auch starken Charakteren und wenn so viele Menschen mit viel Energie aufeinandertreffen, dann ist natürlich da immer so ein bisschen Explosion in der Luft. Im positiven Sinne, also das ist ja auch das, was unseren Erfolg mit ausmacht. Also seit Jahren zählen wir zu den erfolgreichsten Unternehmen. Es ist eben halt auch, dass die Auftraggeber halt seit vielen, vielen Jahren immer wieder auf uns zukommen, was natürlich einfach halt auch davon zeugt, dass die uns vertrauen. Die Arbeit ist natürlich sehr vielschichtig. Also es fängt an natürlich bei der Kundenakquise, dann auch die Eigentümerpflege, wir haben Mietvertragsverhandlungen, wir erstellen aber auch Mietpreisentwicklung. Also es ist wirklich sehr vielschichtig. Und alles, was eben so einem Jüngeren nachkommt, kann auf diesen gesamten Erfahrungspool zugreifen. Das heißt, wann auch immer irgendjemand eine Frage hat oder nicht weiterkommt, da hilft sich jeder gegenseitig. Da ist keiner dabei, der seine ganze Erfahrung irgendwie versteckt oder sagt, das ist mein Wissen, das behalte ich für mich. Was wirklich schön ist, ist, wir haben sehr flache Hierarchien. Von daher ist man auch sehr frei in seiner Arbeitsweise. Was wirklich Mitarbeiter bindet, ist die Möglichkeit, sich als, ich sag mal, individuelle Marke zu entwickeln. Die meisten unserer Kollegen haben, so wie ich eben halt auch mit Anfang 20 bei uns ihre Ausbildung gemacht, über zwei oder drei Jahre, und wurden dann behutsam an die Materie herangeführt, aufgebaut und konnten sich dann halt auch immer stetig entwickeln. Weil unser Anspruch ist, die beste Ausbildung anzubieten, die einem Immobilienmakler zuteil werden kann. Und ich sag mal, wir sind alle noch erfolgshungrig und stark daran interessiert, diesen Bereich weiter auszubauen und weiter zu kreieren, weiter zu gestalten. Und da ist jede frische, junge Kraft herzlich willkommen, sich da zu beteiligen.